Ich muss noch was fragen, warte, den fahrt jetzt. Immer vorsichtig bei Thorsten. Vielleicht ein bisschen her, aber auch schätze. Ja, bei Thorsten muss man aufpassen. Der dreht einfach, ohne was zu sagen. Ja, klar und deutlich gemeldet. Hörst du mich? Du musst nicht so dumm rumlabern. Keiner mit. Du musst mal ein bisschen besser aufpassen. Ich habe mich zweimal gemeldet. Er hat wahrscheinlich gedacht, er hat sich gemeldet. Er hat sich gemeldet, wirklich. Du brauchst hier nicht anfangen zu stottern. Es ging gerade noch so gut. Und fertig. Du meinst dann, wenn ich melden, dann darf es einfach drehen oder was? Du musst noch ein bisschen mehr gucken. Okay. Dann muss ich... Was möchte ich noch mal entschuldigen? Kein Problem. Ist kein Problem, ist nichts passiert. Aber immer gucken. Okay. Und ich will noch... Gute weiterfahren. Danke. Ja, Bührmann. Jetzt ist gut. Du brauchst jetzt nicht mehr aufregen. Geh nach unten im Traum zuckern, dann ist gut. Hahahaha. 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 Vielen Dank.